Hallo liebe Griefer Games Freunde, ein ganz kurzes Statement. Ich wollte eigentlich gerade ein Video machen über den Bau einer Wither Rosen Farm auf eurem GS. Allerdings, ich arbeite mit einem Laptop im Moment, der ist schon 6 Jahre alt und das funktioniert nicht mehr so. Also die Ruckelei kann ich euch nicht zumuten. Ich habe einen neuen Laptop bestellt, der wird Anfang nächster Woche da sein. Dann werde ich wieder anfangen, regelmäßig Videos zu produzieren. Aber ich möchte euch keine Videos in schlechter Grafikqualität, in schlechter Bildqualität zumuten. Dennoch möchte ich mich ausdrücklich bedanken, oh Gott, der Name von dem Meati Marley 69, Meati, Meati Marley 69, hat nämlich für das Video von den, für die Wither Rosen Farm drei Wither Skelett Köpfe gespendet. Dafür herzlichen Dank. Ich werde ihn auch nochmal erwähnen, dann in dem entsprechenden Video, wenn ich tatsächlich das Video über die Wither Rosen Farm mache. Gut, okay, nächste Woche geht es weiter, das Wochenende muss ich Pause machen. Ich will euch diese Ruckelei nicht zumuten. Wir hören uns Anfang der nächsten Woche, versprochen. Ciao.